Wie ist dein Kieler? Wie ist dein Kieler? Wie ist dein Kieler? Wie ist dein Kieler? Hey, Svante! Um Hortser zu werden, musst du noch ein bisschen trainieren. Komm, ich helfe dir. Svante, der Wurfmunt hinter dem Korb ist eigentlich wie ein ganz normaler Jumpshot. Achte nur darauf, dass du hoch genug wirfst, dass der Ball genug Höhe hat, um vorne wieder rein zu fallen. Okay, ich versuch's. Beim Drei-Punkte-Wurf, hab Vertrauen in deinen Schuss und geh tief in die Beine, weil es noch ein Stück weiter ist als ein normaler Jumpshot. Dann renn wir rein mit dem Ding. Ob ich das schaffe? Zvante! Zvante! Zvante, aufwachen! Training geht los! Oh, hab ich's alles nur beträumt! Zvante, trainier fleißig fürs Ausdallere. Dein Konrad. Ja!